ja hallo zusammen zur folge 4 wenn ich richtig gezählt habe heute ist echt mein tag ne kretsch stürzt mein blödes renderprogramm gerade eben ab ich das ist ganz einfach die seine einfach abhauen freunde einfach gehen ihr habt ihr noch mehr so die musik gefällt mir eine königliche truhe da könnte man vielleicht sogar ausnahmsweise was drin sein ich habe was ist das irgendein rüstungsteil nichts was wir brauchen können ich meine ja man merkt daran die mod bringt definitiv was das steht außer frage aber ja also für meine klasse scheint jetzt mal eher schwierig zu sein irgendwas zu finden also so zauberstäbe oder sowas in guter qualität ist glaube ich immer ganz im gearsche da muss sich mit dem größten scheiß zufriedenstellen hier geht es nicht weiter da könnte es noch weitergehen freunde also man sieht schon ich habe jetzt die mod nachdem ich die aufnahme neu gestartet aber sie komplette session einmal neu gestartet habe da merkt man den unterschied schon also es droppen aus den kisten häufiger blaue teile mir werden aber grüne teile schon ganz lieb und selbst die droppen ja sehr wenig und dann auch nichts was wir gebrauchen können das ist immer so der haken an der geschichte wiesen wartet mal ich glaube das hat man einmal im kreis gelaufen oder was oder wie oder wo ja da kommen wir so wie es aussieht ist diese höhe einfach nur so bla reingehen töten blaues teil holen weil es eine königliche truhe ist und ansonsten war es das weil da kommen wir nicht rüber ja also dann müssen wir doch in die richtung in der ich dachte dass wir gar nicht müssen jedenfalls jetzt noch nicht aber scheint anders oder mal das ist ein anderer ausgang alles klar aber hier ist sonst echt nichts weiter dass wir eigentlich nur hier müsste der an ich bin verwirrt genau da war der andere eingang das war so einmal nur unten rein oben raus hier kommen wir also nicht ein stück weiter dann kann es eigentlich ja nur diese richtung hier sein andere richtung fällt mir jetzt gerade nicht ein nur gut seht ihr was ist denn das kriegs und verteidigung super hilft uns überhaupt nicht ich habe so den eindruck dass wir nicht viel glück haben werden ich kann mich täuschen aber gehen jetzt erst mal hier runter alle freunde alle freunde so dass wir auch einmal rum rum gelaufen hallo so ganze scheiße da hinten aufhören meine fressen ich habe das habe ich nur noch einen von den soldaten übrig das ist nicht so nett auch sind jetzt alle tot ernsthaft mal wie auch immer wir bringen keinen zusätzlichen leute mit fest fest ist ja auch noch nicht vorbei aber gleich rum quaken dass wir alleine sind vermute ich mal schweine schweine backen ach ihr seid unsere kumpels alles klar wenn wir dann geht es hier mal hoch ein portal oder ein brunnen so hallo freiner na gut Meine Männer werden kämpfen, solange das Banner über dem Hügel weht. Die Chance, an der Seite eines Sterblichen zu kämpfen, der auf dem Olymp war, wird zweifelsohne ihre Moral. Weiß ich nicht. Bin ich... Ach, scheiße. So. Ah, da kommt noch mehr. Was ist denn hier noch los, hm? Sag mal. Aua, 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 aua. Hallo. Man kann ja nicht mal wieder den Schutzschild mehr greifen. Okay. Dein Gepäck ist voll. Och, fuck you. Gut, dann... Müssen wir gleich mal Loot krapschen. Was hast du zu sagen? Der Feind scheint vertrieben zu sein. Scheint das so. Ohne Zweifel wird er zurückkehren. Aber du hast uns genug Zeit verschafft, um auszuruhen und Verstärkung zu holen. Du hast keinen Platz mehr. Ich weiß, dass ich keinen Platz mehr habe. Ja. Ich weiß, dass du nicht erstes aufd career ... Kannst du dich haben? Ich weiß, dass du dich sehr gut ist. Ich weiß, dass du dich hier einen die ´� Här rechenst, dass du dich mit jeder Priuperery debe selbst dépendst. Wenn du dich bist, kennt admitst, Ich kann dir manchmal mir weiter Backacht. Viel Geiert ist mir im Leitk 분�! In einِ Revierter Nachverwerten! immer ganz loving unser Lieber rot. Ich muss mal kurz was beantworten. Ja, wir müssen verticken. Ebenen des Gerichts, Pfff, an Elysian, ich glaube. Ja, hier können wir verticken. Das ist ja toll. Ich bin stolz, dich unterstützen zu dürfen. Ganz toll. Nö. 84 Rüstung plus 21 Rüstung. Die kann ich sowieso nicht nehmen. Das auch nicht. Das auch nicht. Das ist klar. Das könnten wir nehmen. Hat auch deutlich mehr Rüstung. Aber was bringt mir das? Das macht keinen Sinn. Was mit dem hier? Ne, das bringt mir auch nicht wirklich irgendwas. Auch nicht so richtig. Das ist natürlich nicht so kacke. Mal sehen, was passiert, wenn ich den nehmen würde. Äh, 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 wo ist denn hier? Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Das geht nicht. Ich müsste dann irgendwas einbauen, was mir Intelligenz gibt. Und zwar nicht zu wenig. Von Prozent Gesamtschaden. Einfach weniger Rüstung. Wie sieht denn hier aus? Äh, da fehlt mir Stärke. Aber die Feuer und Gift. Angriffsgeschwindigkeit. Die sind gar nicht so scheiße. Dafür bräuchte ich allerdings Stärke. Äh, wartet mal. Kistenmann. 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 Kistenmann war ich doch auch da. Ein wahrer Held. Du bist dir sehr willkommen. Ich brauche irgendwas mit Stärke. Und zwar mit nicht zu wenig Stärke. Acht Stärke. Da fehlt mir was. Das ist ein vollständiges. Zwölf Stärke. Hilft mir nicht. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Das kriegen wir jetzt nicht zusammen hier. Fünf Stärke. Verteidigungsqualität. Plus 18 Stärke. Und in was baue ich das ein? Armbänder. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Ist ja toll. Äh. Ich brauche irgendwas, was mir richtig viel Stärke bringt. Plus 12 reicht nicht. Ja, nee, Moment. Was mache ich da? Also zähle ich da eigentlich. Das kann ich vergessen. Das kann ich haken. Ja, so oder so ähnlich. Na gut, ihr Lieben. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Eine nehme ich noch auf. Und dann sollten wir es geschafft haben für diese Woche. Und vielleicht klappt ja auch das mit dem Rendern und so. Rendern und so. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020